Hallo Leute, Herzlich Willkommen zum ersten Part eines ganz besonderen Projektes. Und das Projekt hatten wir schon einmal. Dieses Projekt nennt sich natürlich, es nennt sich Minecraft. Es nennt sich Minecraft Eis und zwar nicht mit irgendeinem Minecraft Eis. Und zwar es ist Minecraft Eis 2016. Also Minecraft Eis 2. Und Leute, wir haben hier unseren Schlüssel. Von unserem Haus. Zuletzt... Waren wir hier an Ostern. Ich kann mich leider an den Herbst nicht erinnern. Wo ich da überhaupt war oder ob ich hier war. Und wo hier war ich nicht. Hier sind Fenster noch zu. Hier sind Fenster noch zu. Und ja, also, keine Ahnung was ich im Herbst gemacht habe. Aber egal. Wir gehen jetzt hinein in unser altes, verlassenes Haus. Können wir da einbringen? Können wir in unser eigenes Haus einbringen? Und ja, das wär jetzt cool gewesen, aber ja. Also und der Baum ist auch immer noch ziemlich schön. Legen jetzt hinein. Let's go! Leute, wir sind drinnen. drinnen. Wir sind nun in unserem alten Haus. Bertha! Alter! Wir machen jetzt mal die Fenster auf. Weg mit den Vorhängen. Weg damit! Leute! Wir sind zurück! Weg mit dem ganzen Scheiß drin! Wir sind zurück! Weg! So. Verschick mal irgendwie da du da durch, bitte? Ist hier noch irgendetwas versperrt? Er ist im Turm. und scheinbar regnet wieso regnet es ist ein schnee es regnet im schneegebiet ich höre ich wenn das schnee weg geht dann wird es nicht weihnacht kann ich mal sagen wieso regnet und schneidt sie nicht weiter gehen mal weiter nach hinten und schauen uns das dorf mal ein bisschen hier ist schon hier ist irgendwie regnen ist auch egal denn wir sind zurück leute und das ist das wichtige sind da oben noch geschlossene fenster oder so alles wie beim heute leute 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 und heute ist der erste tag das ist der erste dezember das heißt wir können unser geschenk abholen ein eis magma cream einfach zurück wir haben das schön weihnachtsmann rüstung sind zurück ja wir sind zurück weihnachten wuhu candy cane nehmen wir uns mal zum essen und diamantspitz hat die muss immer da sein vielleicht noch ein diamantschwert wäre vom vorteil und 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 wir haben hier karotten noch mehr karotten wieso jetzt karotten rumliegen weiß ich nicht egal auf jeden fall sind wir das ist vertrocknet ist das fallen schwarzer raus hier jetzt wir nicht 95 35 ich erkenne es nicht es ist egal Leute wir sind zurück haben wir vielleicht eine Schere eine Schere ich entschuldige mich noch für Hintergrundgeräusche kann es irgendwie sein dass wir keine Weltbank haben ich drücke da jedes Mal aus Versehen drauf kommen wir dann wieder zurück ich weiß es nicht mehr wenn wir in diese Dimension gehen nicht doch ich glaube wir kommen dann zurück ja wir gehen einfach mal hin obwohl nein wir brauchen uns jetzt nicht und bauen uns jetzt einfach mal eine Schere denn Leute wir haben natürlich auch abdekoriert was ich dieses Jahr nicht machen will ich lass einfach dekoriert ich geh weg und verkrieg mich in dieses Loch da hinten und ja ja Leute und Leute es gibt eine kleine Änderung das ist die blöde Änderung die Minecraft Ice Parts werden kurze Videos sein so kurz wie dieses jetzt weil es ziemlich unter Druck ist mit Mitternacht und also ziemlich nah aneinander und wenn man jetzt so berechnet diese dieser Part geht schon sogar zu lang es werden mehrere Parts gecuttet einfach und insgesamt ein großer Part sozusagen und wenn ich jetzt jeden jeden Tag 15 Minuten Parts machen würde dann wäre ich und ich muss es vor grundsend hochladen das ist auch noch Arbeit vor allem mit meinem Internet das wären 360 Minuten und sozusagen 6 Stunden 6 Stunden kann man denken ja kann man nicht machen aber ich bin auch zur Zeit sehr im Stress und hab andere Dinge ähm muss andere Dinge erledigen und ja Hauptsache haben wir dann 5 Minuten Parts also ich kann nicht sprechen dieser Part endet ab 10 Minuten das heißt der erste Part ist länger sonst ich schneide ich cutte es einfach also ich mach jetzt nicht immer ja bis zum nächsten Part ich cutte es einfach und dann insgesamt am Schluss haben wir dann einen großen Part aus lauter 5 Minuten und ja wir legen jetzt einfach weiter los außer wir haben nicht viel Zeit weniger als letztes Jahr und mach mal unsere Zuckerstangen ups mal wieder frei denn die gehören hier ganz sicher ohne Blätter das sieht doch schon wieder weihnachtlich aus Leute Weihnachten bis zurück bis zurück das ist schwieriger als ich dachte von hier aus vor allem ich sollte vielleicht einfach raus gehen wir gehen mal einfach jetzt mal zurück Minecraft Egg ist ja auch hier und ich würde sagen wir schauen einfach mal ob da alles noch okay ist und ich würde sagen wir schauen einfach mal ob da alles noch okay ist wenn wir schauen auch mal was denn die haben wir ich glaube gut es ist einfach wenn wir leiden finden es gibt es geht in es es wir Untertitelung des ZDF für funk, 2017